Eine 45-jährige Österreicherin ist in den Berchtesgadener Alpen in Bayern abgestützt und an ihren Verletzungen gestorben. Rund 90 Meter tief soll die Frau hinabgestürzt sein, berichtete die zuständige Polizeidienststelle. Als man die Frau fand, sei sie bereits tot gewesen. Laut Ermittlungen wollte die Österreicherin offenbar den Gipfel des großen Barmsteins bei Mark Schellenberg erklimmen. Am gestrigen Montag hatten Verwandte vergeblich versucht die Frau zu erreichen. Der Bruder der Frau und weitere Bergsteiger entdeckten den leblosen Körper schließlich am Fuß der Bergwand.